Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, die Nachrichten auf RohstoffTV. Max Silver gab heute bekannt, dass man durch ein Syndikat, geführt von Scotiacapital, BMO Capital Markets und Raymond James Limited, einen Borddeal-Abkommen unterschrieben hat. Es werden durch die unterzeichneten Banken 8,9 Millionen Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 7 US-Dollar 30 angeboten, was Bruttoerlöse von 65 Millionen US-Dollar ergibt. Das Unternehmen gewährt den unterzeichneten Banken eine Mehrzuteilungsoption von zum Verkauf zusätzlichen 1,335 Millionen Stammaktien. Die Mehrzuteilungsoption ist für einen Zeitraum von 30 Tagen ausübbar nach Abschluss der ersten Borddeal-Platzierung und kann bis zu 10 Millionen US-Dollar zusätzlich für Max Silver einbringen. Dies versetzt Max Silver nun in die komfortable Lage, über genügend finanzielle Mittel zu verfügen, um die weitere Exploration und vor allem die Entwicklungsausgaben für das Juana Sipio-Projekt in Mexiko locker finanzieren zu können. Und das zweites in Mexiko tätiges Unternehmen ist nach langer Zeit mal wieder Cyprio Mining mit guten Nachrichten. Das Unternehmen unterzeichnet einen Vertrag mit dem in Chihuahua ansässigen Subunternehmer Bergmann Mexiko SA für die Instandsetzung des Schachtes Nr. 3 auf der Potosi Silbermede, die im historischen Santa Eulalia Bergbaubezirk in Nordmexiko liegt. Alain Lombert, Chairman und CEO von Cyprium, sagte, die Instandsetzung des Schachtes Nr. 3 ist ein wichtiger Schritt für die Wiederaufnahme der Produktion auf Potosi. Dies sollte nicht länger als sechs Wochen dauern und wir erwarten so dann die Produktionsaufnahme in kleinem Rahmen. Ziel des Projekts ist es, Zugang auf die Ebenen 3 und 4 in der Miene zu bekommen, wo bereits zwischen 2010 und 2012 abgebaut wurde. Sobald die Produktion startet, beabsichtigt Cyprium das mineralisierte Material aus dem Schacht Nr. 3 der Potosi Silbermine zu fördern. Und natürlich dann auf der Alt-Dama-Anlage zu verarbeiten. Unser drittes Unternehmen im Bunde ist die kanadische Terra X Minerals mal wieder. Nachdem wir gestern schon gute Nachrichten hatten, heute das Unternehmen erhielt die Probenergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern eines Vierlochprogramms, das Quarzvenen und Ersatzstilmineralisierungen auf dem Ziel Misspickl testet, das auf ihrem Warch Lake Gelände auf dem Yellowknife City Gold Projekt liegt. Die beiden Bohrlöcher wurden beide im selben Abschnitt gebohrt und ergaben Tonneergebnisse wie zum Beispiel 7,3 Meter mit fast 24 Gramm Gold pro Tonne Gestein, inklusive 4,5 Metern mit über 37 Gramm Gold in der Hauptzone des Lochs TWL 16-002. Ein weiteres Ergebnis zeigte sehr gute 8,60 Meter mit fast 13 Gramm Gold pro Tonne, inklusive 5,5 Metern mit über 18 Gramm Gold pro Tonne in der Hauptzone des Bohrlochs TWL 16-001 und 11,32 Meter mit über 2 Gramm Gold pro Tonne, inklusive über 2 Metern mit fast 6 Gramm Gold pro Tonne in der Liegenzone des Bohrlochs TWL 16-001. Alle vier gebotenen Löcher auf Misspickl durchtäuften multiple Zonen mit sulfidisch mineralisierten Venen und Ersatzstil-Sulfidmineralisierungen. Drei der vier Löcher zeigten sichtbares Gold, inklusive der oben genannten Löcher. Die Löcher TWL 16-001 und 002 durchtäuften starke Goldmineralisierungen im Bohrziel der Hauptzone. Die Aufzeichnung und Probennahme der Bohrlöcher gehen durchgehend weiter und man erwartet weitere Ergebnisse in den nächsten zwei Wochen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tschüss aus München!